und so ich muss euch was zeigen ich habe mir für 35 euro diese uhr hier gekauft und was soll ich sagen sie sieht nicht nur aus wie aus blade runner oder cyberpunk das ist eine verdammte cyberpunk uhr ich wusste erst tatsächlich nicht was die genaue funktion ist ich habe es mir als requisite zum filmen gekauft weil mir der look gefallen hat und als ich dann so rausgefunden habe was das eigentlich für ein ding ist dachte ich komm wir machen mal ein kleines video und vorab ich habe keinerlei beziehungen oder verbindungen zu dem hersteller und ich werde eine kleine warnung hier aussprechen denn alles was ich euch jetzt zeige dürft ihr nur in euren privaten netzwerken machen und auf keinen fall in öffentlichen oder fremden netzwerken los geht's okay das ist die die steig die offer watch und nach einer kurzen recherche fand ich heraus die uhr ist ein projekt zwischen travis lynn von die steig und stefan kremser der sich selbst spacehuhn nennt spacehuhn sieht das projekt als research tool also als werkzeug um auf sicherheitslücken aufmerksam zu machen und um mehr über die sicherheit von hardware zu lernen ich werde alle interessanten links zu dem projekt in die beschreibung kopieren die uhr selbst hat so einen coolen joystick an der seite eine status led ein buzzer das display selbst ein paar clicky buttons und ein micro usb port eine helle led ist auch noch an der seite ich denke mal als taschenlampe aber die leuchtet beim links tragen in die falsche richtung wofür ist die taste eigentlich kommen wir zum wirklich spannenden teil mit der uhr ist es nämlich möglich fremde geräte von ihrem wlan zu trennen mit einem scan kann ich in der näheren umgebung nach station und access points suchen und diese dann angreifen dieser scan dauert ein paar sekunden und jetzt siehst du bereits mein wlan netz über select stations wird jetzt auch schon mein iphone angezeigt und unter attack wähle ich den menüpunkt die off aus und starte die attacke ich lege mal die uhr neben das handy und jetzt passt auf was passiert das handy verliert das wifi und schaltet auf 5g um und dann ist dein verdammtes wlan einfach mal weg what the fuck während der attacke konnte ich mich dann gar nicht mehr neu verbinden und selbst als die uhr aus war kam ich nicht mehr in mein eigenes wlan da das iphone das netzwerk als unsicher eingestuft hatte verrückter scheiß oder als nächstes senden wir einen sogenannten beacon ein leuchtfeuer und der spammt mal kurz deine liste mit verfügbaren netzwerken mit irgendeiner rig roll scheiße voll dazu klicke ich wieder auf attack die off werde ich dabei ausmachen und wähle dann beacon und wieder watch the magic happen alter du kannst dich auch direkt mit der uhr verbinden und alles vom browser aus steuern der zugang heißt punkt und das passwort ist die author hier gibt es super viele einstellungen von denen ich mehr als die hälfte nicht verstehe aber dort findest du auch die liste mit den namen für den beacon angriff wichtig wäre auch noch zu sagen dass man mit der uhr die ich gekauft habe nur 2,4 gigahertz netzwerke angreifen kann allerdings sind diese bandbreiten immer noch super verbreitet gerade in der öffentlichkeit wenn du also jetzt unterwegs gerickrollt wirst weißt du wenigstens warum es gibt auch inzwischen schon mehrere revisionen der uhr die soweit ich das verstanden habe auch 5 gigahertz händeln können und es gibt verdammt viele kopien und knockoffs ich bin mir bei meiner nicht mal sicher ob diese original ist während meiner recherche habe ich super viel gelernt und ich bin echt happy über diesen kleinen ausflug und die uhrzeit die könnt ihr euch auch anzeigen lassen allerdings ist diese leider nur ein fake du kannst die uhr zwar verstellen aber da bei dieser version kein realtime chip verbaut wurde spuckt die nach jedem neustart einfach eine andere uhrzeit aus ja lasst mich wissen was ihr von der ganzen sache haltet und auch wie das ist wenn ich euch einfach mal was vorstelle und nichts bastel oder baue oder tue sondern euch einfach mal so ein gadget zeige möchte ich wissen wie das ankommt und das war es mal wieder mit der folge macht kein schabernack aber macht's gut leute bis zum nächsten mal hm 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 hm